Ist das schön, Anke? Was? Dass da draußen Leute sitzen, die ihre letzte Stunde des Jahres und die erste des neuen Jahres ausgerechnet mit uns verbringen wollen. Danke! Willkommen! Das ist eine Ehre, das birgt aber auch Verantwortung. Schon ein bisschen, wir dürfen nicht so viel Quatsch machen. Aber ein bisschen schon. Ich habe Musik vorbereitet, die den einen oder anderen eventuell aus dem Stuhl haut. Ist wahr? Das ist aber gut um die Zeit. Ich habe Musik vorbereitet, die mir viel bedeutet hat. Das ist bei jedem Song der Fall. Anke, wie war das Jahr? Das Jahr war erst mal sehr privat gesprochen, das ist ja immer das Wichtigste. War sehr turbulent, war sehr, sehr interessant. Wenn man Kinder hat von ganz klein bis ganz groß, ist jedes Jahr ein Abenteuer. Ist ja klar, das war ein schönes Jahr. Also wir haben viel Spaß gemacht, sind viel gereist und haben viel Zeit miteinander verbracht. Auf der anderen Seite habe ich sehr viel gearbeitet, aber das fällt manchmal gar nicht so auf, weil ich geschickt arbeite, dass die Familie das nicht wirklich mitkriegt. Das sagen übrigens alle, die mit dir arbeiten, sagen immer, wenn es darum geht, kann man Anke da und dafür gewinnen, die Familie ist am Wichtigsten. Ja, das ist anstrengend. Ja, das ist anstrengend. Nein, das ist gut. Ja, okay. Und ich versuche in meiner Heimatstadt Köln zu arbeiten in erster Linie, das ist recht wichtig. Und was drumherum passiert ist, was in der Zeitung stand und was auf der Welt passiert ist, das war auch turbulent. Ich hatte den Eindruck, dass die Toten uns alle in diesem Jahr sehr bewegt haben, sowohl, weil da einige aus der politischen Abteilung dabei sind, bei denen man so dachte, Gott sei Dank, gut. Also die Leute sind zu Recht auf die Straße gegangen und dann hat auch noch das Schicksal mitgespielt und Menschen haben den Planeten verlassen. Auf der anderen Seite auch natürlich Kollegen und Kolleginnen und da denke ich halt an Loriot. Das ist das Jahr, in dem Loriot starb. Das ist schrecklich. Die richtigen gestorben zum Teil und die falschen. Und bei dir? Ich erinnere mich bei dem Loriot-Nachruf sofort an einen Karlauer, wie ich fand, von Spiegel Online, wo es hieß, der Tag, an dem das Lachen starb. Und ich glaube, das ist keine Headline, die Loriot über sich selber hätte lesen wollen. Das Lachen starb Gott sei Dank nicht. Es lächelt weiter. Und ich verdanke ihm wie alle viel. Und ich war irgendwie brüskiert, wenn zwei Leute den Nachruf halten dürfen bei RTL. Olli Pocher, der dann vor allen Dingen über sich spricht. Und Tom Gerhard. Ja, ist nicht unbedingt passend, oder? Ich denke auch. Mit Loriot bringt man so viel in Verbindung. Und ich wäre zum Beispiel auch die Letzte, die den Mund aufmachen würde und irgendwas über ihn sagen würde. Ich habe einmal auch nur einen Anruf von ihm erhalten und den halte ich bei mir und der ist für immer gespeichert. Aber ansonsten ist man immer eigentlich mehr oder weniger eine kleine Wurst im Vergleich zu ihm. Deine erste Musik? Meine erste Musik kommt von einer jungen Künstlerin, die Michaela Dippel heißt, aber einen Künstlernamen hat, der da Ada heißt. Oder Ada. Sie ist ganz offen für alles. Ich habe sie vor einiger Zeit entdeckt, weil ihre Musik bei Pampa Records erscheint. Den Verein mag ich sehr. Da findet man auch International Pony und DJ Kotze oder Cozy, je nachdem, wie man den wiederum aussprechen möchte. Das sind alles sehr kreative, bunte, tolle Musikanten und Macher. Und sie legt auf, macht aber auch selber Musik, ist Autodidaktin, beherrscht kein Instrument so wirklich perfekt. Ich habe sie kennenlernen dürfen im Rahmen einer Aspekte-Sendung, die ich in diesem Jahr moderieren durfte als Gast. Es gab vier Ausgaben von Aspekte, die von Gastmoderatoren übernommen wurden. Und da habe ich mir gewünscht, die Musik vorzustellen, die ich im Moment mag. Und da gehört auch Ada dazu. Und der Song von ihr heißt Faith. Die kann ich doch gleich hier lassen für dich, die CD, oder? Die willst du doch haben. Bitte, die will ich sofort haben. Schön, schöne Entdeckung. Ja, die CD heißt Zarte Pfoten. Hat sie verdient. Ja, das ist eine interessante kleine Person. Ich habe sie erlebt, wie sie dann auch ihre Musik herstellt. Und sie interessiert sich für uralte Schrappelinstrumente und hat da irgendwelche alten Keyboards stehen und so. Das ist schön zu sehen, wie sie mit den Instrumenten agiert, obwohl sie kein ausgebildeter Musiker ist. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und so ein schöner, stimmungsvoller Anfang. Ja, aber trotzdem da auch Bombenzeilen drin. Cynics may fill the books, critics may give you looks. Also alles wird irgendwie bewertet. Und deswegen möchte ich von dir wissen, wie du das politische Jahr rückblickend siehst. Oh, da muss man eigentlich ganz vieles zu sagen. Aber fangen wir mal an bei den Toten, weil du die vorhin erwähnt hast. Also die Exekution von Osama Bin Laden ist, glaube ich, menschenrechtlich ein Fall für sich. Da machen wir uns nicht viele Freunde mit, indem man sagt, das ist fatal, wenn eine Form von elektronischer Lündjustiz auf diese Weise durch Staaten, die sich rechtsstaatlich nennen, exekutiert wird. Und dann natürlich Gaddafi, also dass die großen Schurkenfiguren, Kim Jong Il, gerade noch kurz vor Weihnachten, das zeitliche Segnen, das verändert die politische Landschaft. Gleichzeitig kann man sehen, dass sowas wie Revolutionen, die durchs Internet oder durch Impulse digitaler Art vermittelt werden, nicht mehr auf Informationen zurückgreifen. Du brauchst im Grunde keine Wikileaks mehr, wenn jemand nur noch eine SMS schreiben muss, um zu sagen, auf die Straßenleute in Tunesien, in Ägypten, in Bahrain und so weiter. Also eigentlich reicht der Impuls des Widerstandes schon, den man sich im Grunde genommen für Russland verstärkt verwünschte. Ich muss auch umdenken, was die sogenannten modernen Medien angeht. Also natürlich ist Twittern und Facebooken auf einer Seite unsere Rettung. Was auf der anderen Seite ist, das ist weitestgehend diskutiert, aber auf der einen Seite ist es natürlich eine Rettung. Verarbeitest du, indem du darüber schreibst oder indem du mit Menschen darüber sprichst oder indem du denkst? Am allermeisten ersteres. Also ich bin ja manchmal gezwungen durch eine Kolumne, die ich für das Zeitmagazin schreibe, mir selber Rechenschaft darüber abzuliefern, was meinen Impuls von Widerstand ausgemacht hat und in welche Form ich das auch bringe. Auch wie unkomisch und wie manchmal drastisch man formulieren muss, um auf der Höhe der Radikalität der Ereignisse zu bleiben. Kannst du was vorlesen? Ja, zum Beispiel zu Gaddafi. Also nehmen wir Folgendes. Ja, die Gegenwart liegt voller Leichen. Kein Wunder, dass man bei Heidi Klums Halloween-Kostüm zuerst dachte, ist das Gaddafi. Dank Bild-Zeitungs-Cover aber, wo die leeren Augenhöhlen, die blutverschmierten Züge des Toten in die Kamera gehalten wurden, kennen wir jetzt den Unterschied und wissen erstens, dass Leichenschändung als Verkaufsanreiz taugt und dass das zweitens auch Sabine Christiansen nicht davon abhält, Werbung für die Bild-Zeitung zu machen. Warum? Es war eben immer schon etwas lukrativer, einen käuflichen Charakter zu haben. Dass es anders geht, kann man gerade in Großbritannien studieren. Doch während dort Prominente kollektiv furchtlos gegen den Murdoch-Konzern prozessieren, prozessieren Deutschlands Prominente kollektiv schamlos in die Rektalzone des Springer-Konzerns. Zur Ermordung Gaddafis hatte die Bild-Zeitung ja schon früher aufgerufen. Beim Spiegel feierte man wenigstens posthume Sternstunden der Kühlhaus-Fotografie und baute seine Reporter im Zwischenlager Gaddafis neben dessen Leiche auf, stolz wie die Großwildjäger und zum Kotzen wie die. Ja, irgendwie wird man den Verdacht nicht los, dass die Welt vor dem toten Gaddafi keine bessere Figur machte als vor dem Lebenden. Nichts zu hören war zu Gaddafis Tod von Asher, Nelly Furtado, Beyoncé, die ehemals für ihn sangen. Wie Larry Swank für Tschetscheniens Tyrann in Ramsan Kadyrov sang, gemeinsam mit Seel und dem MDR Fernsehballett. Die erstere ist bedröppelt, das letztere zerknirscht. Nur Seel verteidigt seinen Auftritt bis heute. Aber der ist ja auch der Schwiegersohn von Vater Klum. Also manchmal braucht man so einen Kurzschluss zwischen mehreren Daten, die parallel passieren und die auf unterschiedliche Weise, wie ich finde, anstößig sind. Gibt es dann Reaktionen, sprechen dich Menschen an, haben das gelesen und wollen mit dir weiter diskutieren oder ihren? Ihren Senf dazugeben oder dich kommentieren? Also ganz auffällig ist, dass das richtige Hassimpulse freisetzt. Dabei ist, dass die Meinungsäußerung für die Meinungsfreiheit da ist. Für viele Meinungen braucht man keine Meinungsfreiheit, so banal wie sie sind. Das andere ist aber, dass ich mich immer wieder wundere, wie viele Leute extrem reagieren auf die Bild-Zeitungswerbung und zwar anti. Dass die begreifen, wie fatal es ist, wenn für eine Zeitung dieser Couleur durch prominente Werbung gemacht wird. Und das kann ich dir sagen, würde es in England nicht geben. Keine Kate Winslet, Liz Hurley, Kate Moss, Elton John würden Werbung für die Sun machen. Das ist undenkbar da. Da haben wir schon eine andere Klasse Prominenz hier. Und wie sieht das der nicht prominente Bürger? Der kotzt. Der richtet sich an dich und sagt das. Ja. Von da kommt ganz viel. Und in jedem Saal, wo du das sagst, ich mache das manchmal mit Dieter Hildebrandt, kommt das auch vor in dem Lügenprogramm. Da kannst du jedes Mal sehen, dass es einen Gesinnungsapplaus gibt, den wir gar nicht haben wollen. Aber aus dem man ablesen kann, wie sehr das den Leuten Contre-Cœur geht. Und ich meine, dieses Cover werde ich nicht vergessen. Also dass jemand den Kopf eines Toten anhebt, Blut verschmiert, wie er ist und daraus ein Verkaufsargument für die Bild-Zeitung macht, das finde ich persönlich anstößig. Du hast so schön stimmungsvoll eben angefangen. Ich setze jetzt eine Stimmung aus den 60er Jahren dagegen. Und zwar aus einem musikalisch überhaupt noch nicht richtig ergründeten Gebiet, nämlich aus Äthiopien. In Äthiopien, das ist das Tolle, hat es ungefähr zehn Jahre freier Musik gegeben. Da haben die Musiker sich erhoben gegen Haile Selassie, den Kaiser. Der Kaiser hat begreifen müssen, dass er Opfer eines Putsches werden wird, wenn er nicht liberalisiert. Und dann haben sich bis ungefähr vier Jahre nach seinem Tod, in etwa zehn Jahren, ungefähr bis 68, 67 und nur 30 Langspielplatten sind aus der Zeit überhaupt erhalten, haben sich Musiker zusammengetan, die wir namentlich häufig gar nicht kennen. Die stammen aus den Polizeiorchestern, die stammen irgendwie von einer Palastwache. Haben sich zusammengefunden und haben eine Musik gemacht, die nicht Jazz ist, die nicht Folklore ist, die auf einem ganz eigenen Niveau liegt. häufig mitproduziert von Exil-Äthiopien, die aus Amerika gekommen sind, um da zu helfen. Und da habe ich einen Titel von ausgewählt, der so suggestiv ist. Der ist einfach von einem Album, Äthiopik heißt es, und versammelt ein paar Instrumentalmusiker, die wir häufig überhaupt nicht kennen. Es ist aber ohne Gesang, also wir können nicht, wir kriegen nichts erzählt. Okay, die Musik erzählt. Nur die Musik erzählt. Kannst du das hören? Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so unter dem Eindruck stehe, deines Kolumnenauszuges oder ob das einfach ein klassisches Klagelied auch war. Das ist ein klassisches Klagelied. Es ist richtig, dass du denkst, oh, da ist, und bin sonst kein Saxophon-Fan, aber da höre ich zu und höre, oh. Schön, oder? Ja. Es ist so ganz defensiv gespielt. Ja. Also kein Schrei drin und so, ganz zurückgenommen. Ja. Dann, ich finde immer so rührend, dass sowas überhaupt auf die Nachwelt gekommen ist. Wo hast du das denn her? Es gibt eine schöne Reihe, heißt Äthiopik, hat glaube ich 15 CDs versammelt, die aus dieser Epoche, und da ist, also das sind Kronjuwelen. Das heißt, du machst das nicht über Musiker, die du kennenlernst und die dir sagen, hier, hör mal, das ist von mir damals, sondern du guckst richtig im Laden nach guten Editionen. Genau, setzt mir Kopfhörer auf und so. Ach, ehrlich? Ja. Ja, gut. Und es gibt eine CD davon, das ist die reine Instrumentalmusik, die ist sehr selten. Ich habe in Äthiopien mal, das war ganz rührend, da habe ich einem kleinen Jungen auf der Straße einen Kopfhörer aufgesetzt und habe eine Gustav-Mahler-Sinfonie gespielt, Fürchte-Sinfonie. Und dann hat der Junge einen Augenblick zugehört und dann hat er gesagt, nice sound, but where's the music? Und der kannte halt nur Instrumentalmusik, also der kannte nur Vokalmusik und deshalb war, weil keine Stimme kam, war das für ihn keine Musik. Und es gibt eben nur eine CD, die reine Instrumentalmusik versammelt. Da halte ich gleich geben mit Musik, die man eigentlich auch in geschlossenen Räumen hört. Oh ja, mach mal. Weißt du, so im Club irgendwo ein paar Stufen runtergehen und da wird noch geraucht und so. Solche Musik spiele ich dir gleich vor. Wollen wir ein, und ganz kurz nur, wir haben kein Wort bisher verloren, schon eine halbe Stunde lang, nicht über das Wort des Jahres, Krise, 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 Krise. Ist sie bei dir angekommen? Ja, die ist bei mir angekommen, dass ich erstmal, ich wieder dachte, ja, jetzt würde ich, würde ich auch auf die Straße gehen, gab genug Anlässe 2011 auf die Straße zu gehen und ich halte mich da sonst sehr zurück, weil, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, weil wir natürlich als sogenannte Prominente immer auch einer Sache ein Gesicht geben und oftmals wollen uns vielleicht Menschen gar nicht als ihr Gesicht haben, weißt du? Wenn man gegen, weiß ich nicht, Atommülltransporte mitdemonstriert, heißt es ja, was soll denn da die Ulknudel oder was soll denn da der große Mann oder so da, oder auch selbst Parteien, die dann völlig zu Recht da mitgehen und ihre Meinung äußern, die werden verschimpft und verjagt. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Aber in diesem Jahr war es so, dass ich dann gesagt habe, so, ja, was ist eigentlich mit meinem Geld, was ist mit dem Geld meiner Freunde und meiner Familie, wer sitzt da drauf und macht damit was? Erschreckend, dass ich in diesem Jahr mich so intensiv damit beschäftigt habe und nicht in den Jahren zuvor. Das war mir ein bisschen unangenehm, dass diese Gedanken erst so einen Anstoß brauchten. Das finde ich unschön. Es wären mal die großen Anlässe, gegen Öffentlichkeit zu bilden, außer parlamentarische Opposition zu haben. Ich habe mich richtig geärgert, dass Joachim Gauck hingegangen ist und die Bankenproteste unsäglich albern genannt hat. Ich finde, das ist so eine wohltuende Politisierung insgesamt von der Öffentlichkeit, die sagt, wir lassen uns das nicht mehr von den Zeitungen und vom Fernsehen vorschreiben, wie wir denken über diese Finanzkrise. Wir sind kompetent darin zu sagen, wir wünschen, dass unser Geld anders eingesetzt wird und dagegen bilden wir auch Öffentlichkeit. Deine Musik, du hast mich jetzt so gespannt gemacht, jetzt musst du sagen, was das war. Ja, okay, also, das ist aber wirklich was zum Anschnallen. Okay, nochmal richtig wach werden am Ende des Jahres und nochmal den Blick schärfen. Ich finde das ja immer ganz gut, dass die Musik eventuell ein Soundtrack ist zu dem, was wir gerade besprochen haben oder so. Man kann da ja Bilder durchaus, man kann seine eigene Diashow machen. Also pass auf, Rimjob heißt die Formation. Die ist von einem Schlagzeuger, der Felix Lehrmann heißt. Der ist so ein junger Typ, den ich im letzten Jahr erstmals live erlebt habe, weil er ein bunter Hund ist und zum Geldverdienen auch durchaus seltsame Musik macht, auf seltsame Tourneen geht. Und jetzt gibt es eine tolle Platte, auf der mein Mann auch mitspielt. Oh. Den wirst du am Anfang direkt hören. Klaus Fischer. Ja, Klaus Fischer am Bass. Die Prisenseier. Ja, sehr gut. Und das ist einfach, die habe ich jetzt zweimal in diesem Jahr gesehen im A-Train in Berlin. Ich bin beide Male wie so ein dummes Gruppiehuhn dahingereist, habe da gesessen und war geflasht, weil es sehr intensive Musik ist. Rimjob heißt die Band von Felix Lehrmann und der Song heißt Perting. Boah, wunderbar. Ich habe dich. Ja, das war genau nach meinem Geschmack. Das war genau richtig an der Stelle und ich kann mir genau vorstellen, wie gut die Band live ist. Und du hast den Saxophonisten erkannt? Ja, Lakatos. Toni Lakatos. Der sieht ja nicht aus wie Slavoj Žižek? Sehr, sehr gerne, ja. Der sieht doch aus wie Žižek, aber Lakatos ist Ungar, oder? Vielleicht sind die identisch. Ich sage dir. Žižek ist Lakatos. Als wir eben über die Finanzkrise ganz kurz sprachen und das Recht und die Pflicht, auf die Straße zu gehen und zum Maul aufzumachen, ich habe mich endlich ein bisschen mehr mit Žižek auseinandergesetzt, dem Popstar unter den Philosophen und Kritikern, der sich ja auch da an die Wall Street gestellt hat, aber dem hört man Gott sei Dank dann irgendwann nicht mehr zu, sonst wäre er wirklich ein Popstar und sonst würde er vermarktet werden und von allen geliebt und geschätzt werden. So irritiert er und schimpft und kritisiert, sagt aber völlig zu Recht, wir sind ja nicht hier, wir Philosophen und wir Kritiker sind nicht hier, um zu helfen. Wir sind nur da, um das Ganze nochmal mehr aufzumischen. Hat auch wunderbar Bill Clinton zitiert beispielsweise, der dann hingeht zur Occupy-Bewegung und sagt, ich bin sehr für euch, ihr müsstet nur Inhalte genauer definieren. Und das ist genau das, worin dann alles untergeht. Ja, dann sagt Žižek, lasst euch nicht umarmen von Arschgeigen. Richtig. Super. Der Žižek, den kann ich wirklich sehr empfehlen, die Bücher sind ganz anstrengend zu lesen, das ist unfassbar. Aber man kann es so auszugsweise dann und wann mal probieren und dann blickt man ein bisschen mehr durch, weil er auch Brücken schlägt, inhaltlich zu filmen, der ist ja Cineast, der hat ja total Bock drauf, auch Parallelen aufzudecken oder totale Widersprüche, die ganz populistisch sind und bumms, hat man wieder eine andere Brille auf und apropos, ich muss dringend zum Optiker, daran merke ich, dass ich älter werde, weil meine wirklich... Der Mann schreibt sich Z-I-Z-E-K, da sagen wir nur dazu, weil jetzt alle fragen werden, wer ist das? Unter Z gucken bitte. Wie oft ich zur... Ich habe inzwischen eine Gleitsichtbrille. Habe ich doch auch. Nein, nein, muss... Deine ist auch... Aber ich, bitte dich. Und Menschen setzen sie auf und sagen, das ist aber ein großes Gestell und anschließend übergeben sie sich, weil die doch stärker ist, als sie wirkt. Mein Gott, wir kompostieren hier vor aller Öffentlichkeit. Oh Gott. Und mir wird das immer weniger. Nein, aber das ist doch gut. Strahlkraft, Metallkraft. Wir sind die einzigen beiden Fernseh... Naja, du bist ja Gott sei Dank nicht so ein Fernsehfuzzi, aber die einzigen beiden sogenannten F-Prominenten, oder wo sind wir ungefähr, die noch nicht geliftet oder gespritzt sind. Oder hast du irgendwas, musst du mir irgendwas beichten? Ich bin verliebt, aber ich muss dir nichts beichten. Gott sei Dank. Sie sehen nicht aus wie sitting in the room. Ich habe mir nur dieses Zellulitis jetzt geholt. Das finde ich ganz gut. Das habe ich mir geholt. Habe ich mir spritzen lassen. Ich wollte so unbedingt mit dir mal reden. Oh Gott, wenn einer von uns beiden irgendwas machen lässt. Wehe. Dann kündige ich dir die Freundschaft. Danke. Das geht nicht. Ich erkenne das sofort. Weißt du, was das Tolle an dieser Musik unter anderem ist? Dass sie niemals gecastet worden wäre. Die wäre sofort durchgefallen. Wäre nicht. Da wären die Leute schreiend aufgestanden. Genau. Guck dir diesen Schwulst an. Neulich habe ich jemanden beim Supertalent gesehen von Dieter Bohlen. Der hat wörtlich gesagt, ich habe ein Glasauge. Mein Vater beschlief meine Freundin in meinem Bett vor meinen Augen. Jetzt singe ich Nessun Dorma. Uiuiui. Wobei man wissen muss, dass Nessun Dorma im Original auch noch heißt, niemand schläft. Und der hat es nicht mehr weiter geschafft. Aber du schaust dir das ja an. Du tust dir das an und guckst sowas. Aus kulturhistorischem Interesse. Ich sehe wirklich Mini-Portionen davon. Aber dann wirklich so viel, dass ich weiß, worüber ich urteile. Das muss ich schon. Ja, da muss ich aufpassen. Ich urteile manchmal und habe es dann im Zweifel gar nicht gesehen. Also mir ist zum Beispiel die Bambi-Verleihung so widerlich erschienen. An so vielen Stellen. Ein totes, durch ein totes Publikum begleitetes Quasi-Event eines Konzerns. Mit Bushido als Preisträger für Integration. Das ist doch grotesk, oder nicht? Ja, das ist aber fast schon so grotesk, dass man denkt, das hat doch hoffentlich niemand wahrgenommen. Warum wird das dann thematisiert? Es ist doch so elend, dass man es strafen müsste mit nicht zur Kenntnisnahme. Wenigstens verliert der Street-Credibility dadurch. Denn ich glaube, die Absätze sind seitdem, glaube ich, ziemlich in den Keller gegangen. Hast du drüber geschrieben? Das merkt das Publikum. Hast du drüber geschrieben? Ich habe was drüber geschrieben. Ach ja, hier. Ich habe was drüber geschrieben. Er hätte singen sollen, vor allem über einen anderen Sender. Ihr Tunden werdet vergast. Das ist wohlgemerkt Bushido live. Ist Zitat. Ja, und sich damit die Sympathie der wertkonservativen Bunde-Chefin Patricia Riekel sichern sollten, die Bushido den Integrations-Bambi zusprach. Das Integrierte daran aber war, er wollte ihn haben, stieg auf in den Himmel der Clutch-Credibility und stürzte aus jedem anderen. Bitte? Der Mann ist Deutscher mit deutscher Mutter und deutschem Geburtsort. Da verdient ja eher Roberto Blanco einen Preis in der Kategorie Integration oder Dolly Buster einen in der Kategorie Penetration. Dafür kriegt Bushido ein Red für Re-Sozialisierung. Seine Integration aber nennen wir erst abgeschlossen, wenn er mit Thilo Sarrazin White Christmas aufgenommen hat. Ein Rapper mit Re-Kids ist ohnehin so glaubwürdig wie Ötzi als Krawattenmann des Jahres. Notwehr. Ich gebe dir jetzt Musik. Und zwar eine Entdeckung, die ich erst dieses Jahr gemacht habe. Ein amerikanischer Sänger, wunderliche Figur, ich weiß wenig über ihn, sehr intelligent produziertes Album, Water mit Titel. Junger, schwarzer Sänger, der immer mit einer Bartbinde auftritt, irgendwelche Gebrechen im Gesicht hat und immer halb abgewandt singt und auch sich nur im Gegenlicht fotografieren lässt. Eine Bartbinde? Ja, der hat irgendwie eine Form von halbe Vermummung seines Gesichts, während er singt. Und hat eine unvergessliche, unheimlich disziplinierte, sehr variable Stimme. Ein bisschen cool, aber sehr gut passend finde ich zu dem, was du gerade gespielt hast, wenn man es drei Etagen runterkühlt. Der heißt Gregory Porter. Hast du da geatmet? Das war er. Schön, oder? Ja, aber was hat die denn mit ihm angestellt? Und ich habe die Blumen gepflanzt, die du so sehr magst, weil ich hoffe, dass sie Wurzeln schlagen und dass ich dann ihre Blüten riechen kann. Und dann möchte ich da mit dir sitzen, während ich dich beobachte, wie du mich ansiehst. Das ist doch rührend, oder? Kann man dem Mann irgendwie helfen? Kauf die Platte. Nein, du kriegst sie von mir. Gregory, wie heißt der? Gregory Porter. Gregory Porter, toll. Ist aber gut, oder? Mann. Damo, was setze ich denn da gleich gegenständlich? Der hat einen Einfall und hält den durch. So monoton ist die Trauer. Ich komme nur über dieses Bartbindenbild nicht raus. Der ist doch kein Sido, der steht doch nicht mit der Maske auf der Bühne. Ach, furchtbar. Nein, das tut er nicht. Nein, das ist wirklich eher ein Krankheitssymptom. Aber wir verlassen das lieber. Ja, es tut mir leid. Ah, okay. Ach so, ich dachte, das sei kosmetisch. Okay. Nee, nee. Okay, gut. In dem Fall nicht. Irgendwie kommen wir jetzt daraus. Ach, man muss manches auch einfach ansprechen und dann ist gut. Ja. Wie wäre es denn eigentlich mit den Funzfichtlers? Die Funzfichtlers. Das Ehepaar Funzfichtler. Ja, mein Jahr stand auch unter dem Funzfichtler-Stern. Dazu vielleicht zur Erklärung. Mein Kollege Bastian Pastewka und ich spielen seit einigen Jahren ein Ehepaar aus der Volksmusik, das Wolfgang und Anneliese Funzfichtler heißt. Und wir haben bereits zwei Weihnachtssendungen, die fröhliche Weihnachten 1 und fröhliche Weihnachten 2 hießen und einen fröhlichen Frühling gemacht. Shows, die unglaublich viel Spaß bereiten und auch den Menschen Spaß gemacht haben. Und diese zwei Figuren zu spielen bereitet uns große Freude. Also der fröhliche Frühling Anfang des Jahres war wirklich ein Volksfest. Wir haben innerhalb dieser Sendung auch verschiedene real existierende parodiert. Basti hat endlich Semino Rossi spielen können. Das war eigentlich mein großes Anliegen. Und er war der bessere Semino Rossi. Der war unfassbar, oder? Aber ich erinnere mich an dieses Lied, was ihr hattet. Heimat. Heimat Lied. Das ist eigentlich ein Rap-Lied. Pass auf, eigentlich geht das Text so. Bin ich in der Ferne, dann wird mein Herz so schwer. Heimweh nach zu Hause, du fehlst mir so sehr. Gehe ich auf die Reise, fehlt von mir ein Stück. Doch der, der niemals fortgeht, kehrt auch nie zurück. Heimat, ja, das heißt Heimat. Darum man mich so gern hat. Wo jeden Tag die Sonne für mich scheint, ja, damit bist nur du gemeint. Du solltest dich schämen. Ich schäme mich, aber ich schäme mich und freue mich zugleich, weil wir ja überall auf diese Reaktion treffen, dass Menschen, die Volksmusik mögen oder lieben und nicht viel anderes kennen, das komplett ernst nehmen. Sei es nun bei Wetten, dass oder beim Jahresrückblick bei Habe Kerkeling. Da klatscht das Publikum sofort auf die Eins und die Drei und erkennt nicht die Parodie, weil wir das offensichtlich so gut spielen. Was machen die mit Auslandsversicherungsvergleich? Auslandsversicherungsvergleich, das denken sie, ach, das ist aber komisch, aber weiter geht's. So, aber alle anderen sagen, das ist ja krass, das ist ja, ihr übertreibt ja ganz schön. Und dann sagen wir, nein. Basti ist ja ein Kenner. Bastian Pastewka ist ein Kenner der MDR-Programme und diverser Volksmusikformate. Der kennt das alles und hat mich da auch mit reingezogen zur Recherche und auch ich kenne mich jetzt so ein bisschen aus bei der Volksmusik und es gibt wirklich seltsame Gewächse. Ich muss dich trotzdem sehr herzlich bitten, sofort was zum Nachspülen aufzulegen. Sehr gerne, kann ich machen. Okay, gut, dann gebe ich dir, dann gebe ich dir eine Frau, die mich auch in diesem Jahr sehr beeindruckt hat, deren Musik ich unbedingt spielen muss, weil ich auch auf zwei Konzerten von ihr war. Ich war in der Kulturkirche in Köln und habe sie dort gesehen, Joan Wasser heißt sie, nennt sich aber Joan as Police Woman, weil man ihr wohl irgendwann mal sagte, du mit deinen engen Lederklamotten siehst ja aus wie diese Tante aus der Serie damals und so ist der Name Joan as Police Woman für die Band geblieben. Ich liebe die heiß und innig, weil das eine Erscheinung auf der Bühne ist und ich kann jedem, der Bock hat auf kluge Rockmusik, kann ich nur empfehlen, Joan as Police Woman anzugucken. Der Song hier heißt The Magic. So, mein Lieber. Damit kriegst du mich. Wieder mal, ja. Und dann ist das noch so ein Sexmonster auf der Bühne und du freust dich, dass da jemand steht, der richtig leidenschaftlich auf die Orgel drauf hämmert, Gitarre spielt wie ein Tier und ich hatte einen schönen Moment mit ihr in Bielefeld, hat sich etwas aufgelöst, was ich in Köln schon nicht verstanden hatte im Februar. Da hat sie einen Mann angepöbelt in der ersten Reihe, der mehrfach gen Bühne rief und irgendwelche Songwünsche äußerte und sie beschimpfte ihn und sagte, jetzt hör doch mal auf, ich hab den Song nicht im Repertoire. Es ist ein alter Song. Der war auf meiner ersten EP drauf, den kann ich nicht mehr, lass mich. Und das fand ich ein bisschen irritierend. Ich fand es interessant, mutig und sehr unfreundlich. Aber sie hatte so einen Sympathiebonus bei mir, ich wollte nicht gehen. So, und dann dieses Bielefeldsche Konzert vor wenigen Wochen, dann spricht sie wieder mit so einem Typen da, stellt sich raus, ist derselbe Kasper von Köln, ist ein Monster-Fan, der ihr hinterher reist und ihr regelmäßig E-Mails schreibt und sagt, liebe Joan Wasser, spiel endlich meinen Lieblingstitel. Und dann steht sie auf der Bühne und sagt, Leute, ich konnte es nicht mehr ertragen, ich hab mir den Song drauf geschafft. Vielen Dank an dich übrigens, dass du den so oft gewünscht hast, denn das war für mich, beziehungsweise für die Band und mich, ganz schön, diesen Song mal wieder zu erarbeiten. Und hier ist er, der ist für dich. Das finde ich so schön. Und das in Bielefeld? Das war fantastisch. Und wenn da so eine Kommunikation stattfindet zwischen oben und unten, und das ist es nun mal in dem Moment, und du bist ja doch der Doof, wenn du da unten stehst, aber in dem Moment waren wir es alle nicht, sondern es war ein großer Musikklumpen. Und ich verehre diese Frau inzwischen so sehr. Und typisch ist, du denkst, die würden sich mit Rimjob sofort verstehen. Ehrlich gesagt, ja. Ja, das ist eine Musik, die immer noch auf einem Spektrum spielt, egal ob du das eine Rock und das andere Jazz nennst oder so. Kannst du einen schönen Abend mitgestalten mit beiden, da hast du recht. Ja, das wäre eine gute Kombination. Ja, das stimmt. Das ist schön, das ist wirklich schön. Wobei ich neulich dachte, dass Rimjob eigentlich Vorprogramm spielen müsste von Seed. Alles um Peter Fox finde ich ja auch so klug und gut. Aber der hat sich völlig zurückgezogen, oder? Naja, weil er gesagt hat, das ist mir zu viel Rummel und zu viel Alarm, ist mir zu doof, ich will wieder zurück in meine Band. Ist das nicht ein toller Schritt? Das ist wie Bambi zurückschicken, habe ich auch gemacht. Super. Hast du Bambi zurückgeschickt? Natürlich. Wie Heino. Naja, Heino hat das jetzt gewonnen. Ich habe es relativ bald, nachdem ich ihn bekommen habe, habe ich gerafft, was das für ein Zirkus ist. Das war einer der ersten Preise, den ich bekommen habe. Und dann habe ich gedacht, nee, das verstehe ich hier aber gerade alles ganz anders. Ich dachte, hier wird meine Arbeit in irgendeiner Form honoriert und ich war extrem naiv, das bin ich bis heute. Aber das habe ich dann geschnallt und habe gemerkt, dass es da nicht um meine Arbeit geht, sondern darum, mich in irgendeiner Form dann zu instrumentalisieren. Und ob. So wie Guttenberg seinen Doktortitel zurückgeschickt hat. Ach du lieber Gott, was ist denn das? Das ist ja wirklich von einem Comedy-Autor nicht besser zu schreiben. Nicht wahr? Die Guttenbergsche Biografie 2011 ist doch eigentlich eine Posse oder ein schönes Theaterstück an der Schaubühne. Ich habe ja das Gefühl, dass in Wirklichkeit Guttenberg sowas ist wie Gabriele Pauli. Auch CSU. Dass das alles so zyklisch wiederkommt? Die passen auch hohe Schauwerte, die hat sich damals in Latex und Leder fotografieren lassen. Okay, und er im Parka mit Sonnenbrillenfrau im Krieg. Sehr konservativ, aber moralisch indifferent. Okay. Und dann schließlich neue, im Grunde ist er schon auf dem Weg in eine neue Partei oder so, kurz Volksheld. Wir dürfen über den fast nicht reden. Das ist so eine unangenehme Erscheinung, oder? Ach doch, man kann darüber reden, weil das ein Phänomen ist, das auch von jedem begriffen wird. Und da wirst du auf der Straße, glaube ich, vermehrt hören. Das ist ja, das ist unmöglich und das finden wir schlecht. Das macht man nicht, das gehört sich nicht. So, wir sollen bei der Wahrheit bleiben, dann sollen die es bitte auch. Aber die haben den gekauft. Die haben den jetzt schon wieder gekauft im Weihnachtsgeschäft. Ja? Ja. Oh. Platz zwei der Bestsellerliste. Man denkt doch, das müsste fallen wie Blei. Nein. Die wollen auch noch hören, wie man das macht, vorerst gescheitert zu sein und doch nicht die Wahrheit zu sagen. Oh, das erschüttert mich jetzt aber. Ja. Wir hatten schon ein paar Buffo-Typen in dem Jahr. Denk mal, Berlusconi sind wir auch losgeworden. Das ist aber auch wiederum von den Comedy-Autoren, die Wolfgang und Anneliese Funzwichler sich ausgedacht haben. Die haben sich auch Berlusconi ausgedacht. Die haben sich auch den, schon allein für Maske und Kostüm ist das eine große Herausforderung. Wunderbar. Aus einer offensichtlichen Glatze einfach ein volles Haupthaar zu machen. Das ist möglich. Und den Schädel so mit Botox voll zu spritzen, dass der so ballonartig da oben drauf balanciert. Das ist doch sehr gelungen. Das hat doch Dunja Flugfelder mit Lisa Mayer, das sind unsere Maskenbildnerinnen. Und das haben die beiden doch sehr gut hingekriegt bei Berlusconi. Und weißt du, dass Putin jetzt auch so aussieht? Ja. Der hat ja auch so viel Bobo. Der kann auch kaum noch schauen. Ich glaube, das geht dann wirklich auf die Augen und dann hat man solche Schlitze nicht, weil die kann man dann nicht wirklich schließen. Vielleicht wachsen die zusammen. Ach, es sei, man kann doch auch mal Wünsche äußern jetzt kurz vor Jahresende. Man kann doch mal hoffen, dass die einfach die Augen nie wieder aufkriegen. Nicht sehen, deswegen nichts kommentieren können und deswegen einfach irgendwo sitzen und vergessen werden. Sehr einverstanden. Ich könnte jetzt einen ganz traurigen Übergang machen. Der Todesfall, der mich neben dem Loriotchen in diesem Jahr richtig irgendwie richtig getroffen hat, war Amy Winehouse. Das muss ich wirklich sagen, in allem Ernst. Und zwar doppelt getroffen hat. Einmal, weil es so ein öffentliches Sterben war. Man immer zuguckte, wie die Frauke Ludewigs dieser Welt mit dem erhobenen Zeigefinger davor standen und überhaupt nicht begriffen, was es für eine Stimme, was es für eine Frau, was es für eine Biografie ist. Und wir, die Parasiten sind, weil wir die Musik nur kaufen können und profitieren nur davon. Das zweite war, dass ich irgendwie nach dem Tod ins Internet ging, um ein paar Songs von ihr nochmal zu hören und Konzerte und Interviews mir anzugucken. Und du ahnst nicht, was für ein Hass auf diese Frau sich im Internet versammelte. Was? Darunter. Es haben ein Drittel der Leute geschrieben, endlich ist die hässliche Bratze tot. Wer Drogen nimmt, hat es nicht besser verdient. Und einer stellte sich vor, dass er Sex mit der Toten Amy Winehouse macht, um sie zu bestrafen dafür, wie sie gelebt habe. Und ich dachte mir, diese ganze Woge der politischen Korrektheit ist noch viel höher, als wir denken. Viel erdrückender. Zu sagen, du darfst so nicht leben, du darfst überhaupt nicht existieren, wenn du drogenkrank bist oder wenn du seelische Probleme hast, die dazu führen. Und Amy ist und bleibt für mich so eine hervorragende Sängerin. Mann, konnte die singen. Mann, Mann. Die war bei Anke Leitner in einer der ersten Folgen. Wirklich? Ja. Stell dir vor, die Band hat mit der gespielt live. Ach nein. Da war Frank gerade raus, das erste Album und das hatte uns alle so beeindruckt und die war da schon leicht verpeilt. Und das Management entschuldigte das und sagte, sie habe in der Nacht zuvor Geburtstag gefeiert. Sie war da gerade 20 geworden. Ach Mensch. Ja, und dann dachten wir, aha, deswegen. Aber die Band beim Proben im Keller unten hat schon gedacht, was ist denn mit ihr? Und da zeichnet sich schon was ab. Also, das klingt immer ätzend, wenn man dann so als Arschulstehen dahinter sagt, wir haben es alle kommen sehen. Aber tatsächlich ist es ja dann auch so, dass das so thematisiert wurde, dass man sich dann fragt, hätte man sie lieber einfach in Ruhe lassen sollen, allein lassen sollen? Aber sie wollte ja, dass man sie sieht und sie hört. Also, ich habe das letzte Interview von ihr gehört und das war vollkommen vernünftig und das hatte nichts von dem, was ihr nachgerufen worden ist. Ich finde, es ist irgendwie schön und stimmig und würdig, das Jahr zu beenden mit Amy Winehouse. Da! Hey! Roger, zum Wohl. Zum Wohl dir, Anke. All meine guten Wünsche für dein Kommenes. Ja, können wir gleich darüber sprechen, was du dir wünschst. Oh weh, bis dahin weiß ich hoffentlich welche. Die Hörerinnen und Hörer. Hörerinnen und Hörerinnen hören uns eh gerade nicht zu, richtig? Die stehen irgendwo und gucken in den Himmel. Die küssen sich hoffentlich, die knutschen jetzt. Das ist gut. Die hören das Feuerwerk, nicht uns. Wir können jetzt im Grunde die größten Sauereien sagen. Wir können ganz schlimme Sachen sagen. Oder denken auf jeden Fall, sehr laut denken. Denken, sehr laut denken. Also alle, die zuhören, kriegen von uns. Die jetzt noch bei uns sind, die denken wir besonders. Verschweint. Ja. Ich werde es in diesem Jahr auch wieder versuchen. Das ist schon mal der erste Wunsch. Ich werde wieder versuchen, Alkohol zu trinken. Endlich wieder. Und zwar aus Genuss, weißt du? Ich wäre so einverstanden damit. Ich habe es reduziert. Ach so. Ich weiß nicht, warum. Na, dann mache ich es auch wieder. Dann war es das mit Alkohol für mich. Sie war direkt wieder umgeschwenkt. Das hat mir gut getan, wenn du jeden Abend auf einer Bühne bist und du musst dich ganz stark konzentrieren, gerade wenn du viel improvisierst dabei, dann merkst du den Alkohol. Und du merkst die schlechten Nächte nach einiger Zeit. Ich merke mich jetzt schon. Die schlechten Hotelbetten. Das ist wirklich ein Thema, wo man Deutschland aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Aber weißt du, was schlimm ist? Das klingt jetzt sehr snobistisch, aber es ist wirklich so. Du weißt irgendwann nicht mehr, wo du warst. Und ich gehe mit Dieter Hildebrandt vor einiger Zeit in ein Hotel und sage, Dieter, endlich bin ich mal in einer Stadt, in der ich noch nie war, sagt die Frau in der Rezeption immer noch dieselbe Adresse, Herr Willimsen. Oh Gott. Weil es wirklich so ist. Du siehst Bühneneingänge, Bühnen wieder zurück ins Hotel und so. Na gut, ein lustiges Problem. Das ist wirklich ein lustiges Problem, aber führst du nicht Tagebuch und schreibst du nicht? Alles, dauernd. Ja. Unablässig. Aber vielleicht ist Tagebuchschreiben dann auch genau das Falsche, weil man es nicht wirklich wahrnimmt und weil du dir das offensichtlich doch nicht gut genug angesehen hast, das Haus. Richtig und weil unter Umständen der Raum, den du betrittst, nicht unbedingt das Notwendigste zum Schreiben ist, sondern dir gehen andere Dinge durch den Kopf. Du denkst, Anke mit ihrer Gleitsichtbrille, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass die Gleit hätte, die Brille. Anke Wehner. Anke Wehner. Das ist halt echt ein Riesengestell. Anke, machst du eigentlich Vorsätze fürs neue Jahr? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil das doch erwiesen ist, dass man das eh nicht umsetzt, was man sich vornimmt. Das ist doch immer so ein bisschen ärgerlich. Und denkst du an die, die uns verlassen werden? Ich habe immer so ein merkwürdiges Gefühl, Anfängen des Jahres, dass ich denke, irgendetwas Großes passiert in diesem Jahr und ich weiß es noch nicht. Irgendjemand geht, der jetzt noch lebt. Der erste im letzten Jahr war Bernd Eichinger zum Beispiel. Stimmt. Wo ich im letzten Jahr dachte, ach, das ist jetzt einer von denen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Und die man kannte und die irgendwie, ich weiß es nicht, wo es einen gespenstisch anrührt, dass jemand mit 61 weg ist. Nee, so denke ich gar nicht. Ich glaube, das würde mich zu sehr bedrücken. Das macht doch traurig, wenn du schon darüber nachdenkst, wer alles gehen könnte. Zumal wer, in meinem Fall ist es auf jeden Fall so, aber bei den meisten ist es wahrscheinlich so, dass man eine Familie hat und weiß, da werden Menschen auch älter und da sind nicht alle gesund. Und, weißt du, das beschäftige ich mich immer in erster Linie, was ist mit den Leuten um mich herum? Kann ich verstehen. Ich habe vor einiger Zeit einen Satz wieder gelesen von dem österreichischen Dichter Hugo von Hoffmannsthal, den ich wunderbar fand, der für die Lebensphase, in der ich mich befinde, stimmt. Der heißt, älter werden, heißt schärfer, trennen, inniger, binden. Ui. Und das ist wirklich so. Schärfer, trennen, inniger, binden, gut. Dass ich beides mache. Ich habe viel stärkere Demarkationslinien und sage, das gehört nicht zu mir. Oder auf der anderen Seite, ich gucke meine Freunde an und sage, mit denen werde ich alt. Die werden nicht mehr ausgetauscht. Das sind die, mit denen ich lebe. Und es ist nicht mehr irgendwas, was dahinter kommt. Irgendwann kommt die finale Besetzung deines Lebens. Sie steht. Sie steht. Ja, ist eigentlich schon fertig. Stimmt, so geht es mir auch. Aber das hat sich angekündigt bei mir in den letzten Jahren. Ich glaube, als ich 40 wurde. Genau. Vor sechs Jahren, da hat es schon so leicht geklingelt, dass ich dachte, ich kann jetzt keine neuen Freunde mehr kriegen. Ja. Ich habe nicht genug Zeit für die anderen. Das Personal steht. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Und den Mut, den du jetzt angesprochen hast, den habe ich inzwischen auch. Ich habe den Mut manchmal zu sagen, man kann anfangen bei etwas Banalem wie einem Geschenk. Zu sagen, das brauche ich nicht. Möchtest du das bitte zurücknehmen und jemandem anders schenken? Das kannst du nicht bei jedem machen. Aber ich stelle bei mir fest, dass mich das freut, wenn jemand so ehrlich ist zu mir und sagt, Anke, nee, das hat mir gar nicht so gut geschmeckt. Kann ich doch nochmal. Dann esse ich lieber nur von dem Brot. So. Dann sage ich, ja, das habe ich jetzt nicht selber gemacht. Aber bitte hier, nimm den ganzen Korb. Das finde ich gut. Das habe ich früher nicht geschnallt, dass das verlogen ist, höflich sein zu wollen. Auf Teufel komm raus. Das kriege ich auch nicht mehr gut hin. Da kann man Schauspieler sein oder auch ein Wortverdreher oder ein Charmeur. Ich kriege es nicht mehr hin. Ich kriege das nicht mehr hin, Leute. Sehr gut. Du hast aber auch so ein durchlässiges Gesicht. Meistens sieht man es dir an. Das wäre natürlich auf der einen Seite schlimm. Dann wäre ich eine wirklich extrem schlechte Schauspielerin. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut. Du gibst dir keine Mühe mehr, da zu spielen. Unter Freunden brauchst du dir keine Mühe zu gehen. Ja, also meine Freunde finden mich manchmal geradezu unerträglich brutal ehrlich. Wie angenehm. Ja, wahrscheinlich. Aber die, aber Leona hat mir neulich auch geschrieben, wie schön, dass er erst mal ordentlich in einem Brief wieder geballert, aber dann schloss sie auch mit. Aber schön, dass du da bist. Und das ist natürlich immer gut. Das ist natürlich immer sehr, sehr gut. Das sage ich dir auch. Die Amy Winehouse habe ich auf mich genommen. Deshalb finde ich, bist du jetzt wieder dran mit der Musik. Ich bin dran. Dann lass uns ein bisschen beschwingter sein. Ich habe in diesem Jahr ein wunderbares Konzert erlebt im Kölner Stadtgarten, einem der tollsten Clubs überhaupt von zwei jungen Frauen. Frauen, die nennen sich als Gruppe Boy und der Song heißt Drive Darling. Wunderschön. Wunderschön. Und die Waleska sagt manche Sachen auf der Bühne, die so trocken sind, die ist so schweiztrocken. Und sagt dann, ja, immer wenn sie erzählt, sie sei es der Schweiz, sagen alle erst mal, ach wie süß, dieses kleine süße Land. Aber vertut euch nicht, liebe Leute. Auch da gibt es richtig eklige, blöde Leute. Das nächste Stück heißt Boris. Und dann kommt Boris. Das ist ein Erlebnis, die da live wirken zu lassen. Das wirkt einen so an. Und wie die Stimme das trägt. Ja, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt am Stadtgarten lag. Ich habe die nur einmal live gesehen im letzten Jahr. Oder ob das immer so toll klingt. Die war so, und ich stand gar nicht noch an der Bühne. Ich stand mittendrin im Pulk, sehr, sehr gut gelaunt. Und das war ein durch und durch froh gestimmter Abend. Ich habe jedes Wort verstanden und jeden Atmer gehört. Da freut man sich ja immer, wenn man viel auf Konzerte geht, was ich tue. Wenn man wirklich alles gut mitkriegt. Genau. Und dann lernt man plötzlich, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den Stimmen, die richtig gut und virtuos sind und vokalakrobatisch und den Stimmen, die Charakter haben. Die brauchen gar nicht groß zu sein, sondern die sind so ein gutes Medium für das, was eine Stimme sagen soll, wie sie sein soll. Ich muss jetzt direkt das anschließen, was ich mitgebracht habe, weil es auch eine Frau ist, die übrigens mal in Britain's Got Talent aufgetreten ist. Das heißt, in der Castingshow aufgetreten ist, aber nicht genommen worden ist. Heißt Birdie. Ist ein weitestgehend unbeschriebenes Blatt. Ich selber muss einer Radiomoderatorin danken, die mir dieses Lied in der Sendung zum ersten Mal nahe gebracht hat. Und ich war völlig überrascht. Das ist eine Liveaufnahme. Gibt es nicht mal auf CD, sondern ist ein Coversong von jemand, den ich auch nicht kenne. Also ich kann wirklich nicht viel mitteilen. Und ich gebe sofort zu, ist ein Schmachtfetzen, rührt sehr an das sentimentale Zentrum, auch in Anke Engelke. Also entweder man erliegt diesem Song oder man findet, dass es zu viel ist. Aber ich war merkwürdig erreicht davon. Übrigens auch wieder über die Stimme. Es ist nämlich eigentlich ein minimal angelegtes Stück. Aber die Stimme hat eine ganz eigene Durchlässigkeit und Prägnanz. Und die Komposition hat so einen Schmelz, dass du denkst, genau so. Ich habe diesen Coversong dann im Original mir auch angehört. Der ist eigentlich ein Stück, das ein bisschen mehr Tempo hat. Und die interpretiert den tatsächlich neu. Und ich finde ihn besonders. Birdie. Finde ich klasse. Ja? Ja. Wobei wir im letzten Jahr geschimpft haben über Castingshows. Und in diesem Jahr mal sagen müssen, toll, dass da so ein Song oder so eine Frau, das war ja nicht der Song aus der Castingshow, aber eine Frau auftreten kann mit so einer eindrucksvollen Stimme, die gar nicht auf Bambule macht, sondern einfach nur singt und wirkt. Wobei typisch, die hat es nicht geschafft. Die ist irgendwie an elfter Stelle rausgeflogen oder sehr viel früher rausgeflogen. Und hat nur die Ernsthaftigkeit, mit der sie Musik machen will, dokumentiert. Und dabei, also wie gesagt, das ist ein Live-Mitschnitt und dabei irgendwie erwiesen, dass man diese sehr schmale Grenze zum Kitsch oder zum absolut Sentimentalen sicher gehen kann. Ja, ich habe da überhaupt keine Angst vor. Guck mal, wenn wir zurückblicken auf das vergangene Jahr oder jetzt auch auf das neue blicken, da muss ja sowas auch möglich sein. Es ist so viel passiert 2011, was ganz nah am Kitsch war. Ja, die Bilder, die gibt es ja, dass Menschen auf der Straße feiern, weil ein Regime stürzt und weil sie es geschafft haben oder weil sie die Freiheit so gefordert haben, so massiv und so emotional gefordert haben und so massiv mit so viel Menschenkraft ja, dass das nicht anders gehen konnte. Und dann muss auch so ein Satz erlaubt sein. It's too cold outside for angels to fly. Es ist zu kalt draußen. Die Engel können nicht fliegen. Ja, und denk dir mal so ein Bild, gut, dass du das sagst. Mir fällt ein, dieses Bild aus Ägypten war das, glaube ich, wo der Mann die Frau auf der Straße küsst, mit in diesen Demonstrationen auf der Straße liegend und das Bild ist nicht gestellt. Man denkt, das ist ein Doanot, der irgendwie arrangiert ist. Aber nein, das ist der Kuss, mit dem der Mann die Frau beruhigte darüber, dass die ganze Gewalt drumherum sie nicht hysterisch machen sollte. Also das bleibt einfach sowas. Das stimmt, finde ich auch. Was ist mit diesen Bildern? Wie viele Bilder dürfen wir verlangen? Wie viele Bilder brauchen wir als Außenstehende zur Information? Wie viel an Bildern brauchen wir, um zu begreifen, was passiert? Ich blicke nicht mehr durch. Also ich habe das Gefühl, dass die Hälfte der Bilder, die mir die Tagesschau anbieten, überflüssig sind. Also einmal ist der Vorrang des Bildes so fatal, da wo man das Gefühl hat, man bekommt eine Nachricht nur, weil das Bild spektakulär ist. Daraus bestehen die RTL-Nachrichten, wenn dann eine Kuh ins Wasser fällt und wird gerettet in Connecticut, dann wird das gemeldet, weil es das Bild gibt. Aber auf der anderen Seite schlagende Konferenztüren, Autos, die vorfahren und wieder abfahren und die irgendwie mit Text unterlegt werden. Das ist ein merkwürdiges Verhältnis, das wir inzwischen haben zu Text-Bild-Begleitung. Vieles ist nicht begleitbar. Man könnte gut mit Godard die These machen, dass das Fernsehen keine Bilder herstellt. Godard hat mal gesagt, das Fernsehen hat immer nur Vergessen produziert. Und wenn wir uns jetzt auf das letzte Jahr richten und sagen, welche Bilder sind eigentlich hängen geblieben? Was ist eigentlich das Einzelbild, was geblieben ist? Wir würden uns erstmal ratlos angucken. Das von dem Liebespaar zum Beispiel auf der Straße, das bleibt, weil es spektakulär ist. Godard auf der Titelseite. Blut verschmiert und möglichst mehr nach Leiche ausseht als irgendwas anderes. Was bleibt, sind dann die spektakulären Bilder. Sei es von den Naturkatastrophen, die auch im vergangenen Jahr nicht nachgelassen haben. Ganz im Gegenteil. Alles, alle apokalyptischen Reiter waren da. Oder sei es auch das von den Piraten, die plötzlich da sind, 2011, dass du da schrille Köpfe siehst und ein Mann, der nicht weiß, wie hoch Berlin verschuldet ist und das bleibt als Foto. Das bleibt ja nicht als bewegtes Bild, das ist ja auch ein komisches Phänomen, sondern es bleibt als Foto, seltsamerweise, obwohl man das Interview gesehen hat. Stimmt. Setzt du Hoffnung auf die Piraten? Ja, absolut. Also ich kann dir nicht sagen, ob ich, wenn das jemals zur Debatte stünde, sie wählen würde, aber ich freue mich über eine Ehrlichkeit, von der ich hoffe, dass sie echt ist, zu sagen, das können wir noch nicht sagen, wir sind noch nicht so weit. Ich habe die Geschäftsführerin, glaube ich, gesehen bei Harald und das war erfrischend, dass sie sagte, Moment, 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 wir sind doch gerade mal neu, lass uns doch mal in Ruhe. Wir wollen jetzt erstmal Liberalisierung von Marihuana. Ja, das wirkt dann alles auch wieder so klamaukig, aber... Aber das ist ja gut, das ist ja, oder? Ne, das finde ich jetzt erstmal blöd, dass die Themen dann auch gerade mit in den Sack kommen, dessen, was entschuldigt werden muss oder... Ich finde gut, dass man damit keine Zielgruppe im Kopf hat. Der bayerische Bauer sagt nicht, die nehme ich, weil die liberalisieren Marihuana. Man macht es aber trotzdem. Ja, stimmt, die Zielgruppe ist diffus und ich habe in irgendeiner Sendung einen Zusammenschnitt gesehen, dass das Wort Transparenz doch so... Ja, genau, überall, habe ich auch. Dass das so mantraesk da durchgenudelt wurde und niemand weiß, was dahinter steckt. Das ist ja doof. Auf der anderen Seite freut man sich aber, dass die so offensiv mit ihrem Chaos noch umgehen. Genau. Und wenn wir auf Aufbrüche gucken für dieses Jahr, dann können wir sagen, da ist einer. Musik her. Musik, du darfst wählen. Ich habe, ach komm, da müssen wir kurz auch drüber reden, wenn man sich über Politiker äußert und aufregt, dann muss man das dann und wann auch über Künstler tun, die man verehrt. Prinz. Ich habe das legendäre Kölner Prinz-Konzert gesehen. Er kam für einen, er war, als die ersten Menschen in die Halle kamen, ich war leider nicht darunter, ich kam mal wieder zu spät, als die ersten Menschen in die Halle kamen, war er noch auf der Bühne und hat gesoundcheckt und war schon sichtbar angepisst, verließ die Bühne und die Menschen mussten dann sehr, sehr lange warten, bis der erste Song kam. Da war ich dann Gott sei Dank dann auch schon da. Dann kam, er spielt einen Song und verlässt die Bühne. Hab ich gehört. Und ich stand oben und konnte sehen, wie er die Bühne verlassen hat. Er ist auf High Heels, ich trage selber dann und wann beruflich 14 Zentimeter. Das sind bei ihm mehr als 14 Zentimeter. Er verlässt die Bühne, geht die Treppe runter, steigt auf ein Fahrrad und fährt weg. Und das heißt, er sei mehrfach um die Köln-Arena gefahren mit dem Fahrrad, mit den High Heels. Respekt, man. R-E-S-P-E-C-T. Es heißt aber auch, er habe einfach hinten gesessen und gemotzt auf seinen eigenen Tonmann, dessen Namen er auch genannt hat auf der Bühne, als er dann wieder auf die Bühne kam. Dann hat er gesagt, wenn ihr den Sound auch so schlimm findet, wie ich, beschwert euch bei meinem Tonmann. Aber das war alles so unsympathisch und doof. Also man hat immer Solidarität mit den Musikern und sagt, wenn ihr einen schlechten Sound auf der Bühne habt, dann kann keiner von euch verlangen, gutes Konzert zu machen. Auf der anderen Seite seid ihr Profis. Die Menschen haben Geld bezahlt, sind von weit her gereist an den Dom. Und ihr müsst für die jetzt bitte performen. Aber es war ein Konzert, das uns alle frustriert hat. Und ich bin ein großer Prinz-Fan. Und ich kann dir nur ergänzen, ich habe vor Jahren ihn interviewt und alle haben mich gewarnt vorher. Und ich bin angereist mit dieser typischen Attitüde zu sagen, nein, ich verteidige den, der darf das. Und ich bin abgereist und habe gedacht, was für ein Brechmittel ist dieser Mann. Nein, nein. Er war so ekelhaft und überhoben und unterbrach das Interview mehrmals und sagte, jetzt erkläre ich Ihnen mal, was Sie fragen dürfen und was Sie nicht fragen dürfen. Ich habe gedacht, nie wieder Prinz. Nein, das kann nicht wahr sein. Leider. Aber was mache ich denn jetzt mit meinen ganzen Platten? Das denke ich jedes Mal. Wolltest du ihn spielen? Natürlich. Du, weißt du, was ich dann spiele von Prinz? Ich spiele Strange Relationship, weil das eigentlich deine und meine Beziehung zu ihm auch widerspiegelt. Sehr einverstanden. Weißt du, ich liebe dich heiß und innig, aber ich behandle dich schlecht. Wollen wir das machen? Beste Wahl. Prinz, Strange Relationship. Das ist genau der richtige Song für die Info, die du mir jetzt gegeben hast, dass du ihn persönlich gesprochen hast, dass du ihn erlebt hast und ihn blöd fandst. Okay, das stimmt. Weißt du, dann ist das halt eine seltsame Verbindung zwischen Prinz und uns, weißt du? Aber was ich finde, was Hörerinnen und Hörer wissen sollten, ist, dass während Anke Engelke dieses Lied hört, singt sie zweistimmig mit, bewegt sich rhythmisch, knippst mit den Fingern, klatscht dazu und das Lied wird besser. Na, weil ich mir immer noch eine Stimme ausdenke, die da reinpasst und noch nicht drin ist, machst du das nicht, wenn wir zu sechst im Auto sitzen, die ganze Familie, dann sucht sich jeder irgendeine Stimme. Es sind immer zwei, drei Leute in der Familie, die gar nicht gut singen können, die bieten dann eine Stimme an, die es nicht gibt und dann ist es sofort Jazz oder Zwölftilmusik und dann gibt es ein paar, die partout die Melodie singen wollen und wir hören im Moment wieder sehr viel Michael Jackson im Auto und da bietet sich das an, alle Chöre mitzusingen. Ich komme aus einer Chorkindheit, also wenn du in einem Schulkor warst, dann hast du diese seltsame Neigung, immer alles auch dicht singen zu wollen. Das ist für Außenstehende manchmal echt schlimm. Da muss man mich schon sehr für mögen, also wer mich nicht mag, der findet mich danach noch blöder, wenn er sieht, wie viel ich singe und wie gern. Ich liebe das, ich freue mich jedes Jahr, wenn wir das machen, freue ich mich immer schon vorher darauf, wie du dich im Studio bewegen wirst und hoffe, dass ich irgendwelche Musik habe, wo sich dein Gesicht oder wo sich dein Körper anfängt zu bewegen. Ich kann da auch nicht sitzen bleiben. Bei Gregory Porter zum Beispiel wusste ich zu Hause schon und habe gesagt, ich weiß genau, wie er aussehen wird, während sie das hört. Sehr gut. Du hast eben nur so reingebaufene Ausstellungen. Die großen Ausstellungen, wir sind zwar jetzt schon 2012, aber die großen Ausstellungen, nennen wir eine. Ich kann nur, naja, es war, ich war in Venedig. Ach, auf der Biennale. Ja, ich war im Deutschen Pavillon von Christoph Schlingensief und war sehr gespannt darauf, wie und ob mich das berühren würde. Jetzt bin ich glücklich, ich war auch da. Und es hat nicht funktioniert. Es hat mich relativ kalt gelassen, weil ich das so kunsthandwerklich fand. Und ich war selber erschüttert von meinem Gefühl. Ich fand das so traurig, weil ich ja eigentlich hingekommen war und das durchaus auch als Altar für ihn gesehen habe und empfunden habe als eine Möglichkeit des Abschiednehmens. Ich habe ihn nicht gekannt. Ich habe zwei, dreimal ihn so auf einer Berlinale oder so erlebt und war immer sehr angetan, weil das so ein kreativer, toller Mensch war. Aber immer in Bewegung, geistig immer in Bewegung. Wann immer du ihn trafst, hat er eine Idee gehabt oder so. Komisch. In diesem Fall muss ich dir sagen, mir ist es anders gegangen. Das lag aber daran, dass ich so viele banale Pavillons hinter mir hatte. Wobei ich liebe Biennale, weil du bestrahlt bist von irgendwelchen ästhetischen Impulsen, egal wie quatschig du es findest. Das ist das Beste. Welche fandst du banal? Welche Pavillons? England hatte, glaube ich, irgendwas. Da ging man durch ein Gerümpelhaus und das musste immer Kopf einziehen. Aber Roger, da guckt man doch vorher in die richtige Zeitung und da schreibt der Kulturkritiker deines Vertrauens, schreibt, was für eine Rumpelkammer oder schreibt, ich finde es super und dann weißt du, gehst du nicht rein. Den hatte ich nicht. Ich bin durch alles durchgegangen und ich habe immer gedacht, das ist jetzt gut oder das ist jetzt doof oder die Schweizer hatten irgendwie alles in Plexiglas eingeschweißt oder in Noppenfolie Handys zusammengeschweißt. Aber lass uns über den Nachbarpavillon reden. Korea war fantastisch. Die bunte Wiese und die da drin versteckten Uniformen, Kriegsuniformen und die Menschen versteckt in der kindlichen, kindischen Blumenwiese. Stimmt. Das war fantastisch. Aber weißt du, ich kam aus so vieles, was irgendwie beliebig war, kam in diesen Schlingensief-Pavillon und dachte als erstes, boah, wie deutsch, irrsinnig, feierlich, heilig, Weihrauch, Pathos. Und dann wahrscheinlich, weil ich ihn kannte, war ich so gerührt davon, dass jemand gegen seinen Tod anredet und auf diesen Monitoren zu sehen ist, wie er redet, redet, redet und um sein Leben ringt. Und du denkst, das hat was Obszönes, weil das so ausgestellt ist. Auf der anderen Seite hat es was Inniges, was Wahrhaftiges. Der hatte keine Möglichkeit mehr, sich zu inszenieren. Und deshalb kann ich das kunsttheoretisch gar nicht mehr beurteilen. Ich verstehe deinen Gesichtspunkt sofort, aber ich verstehe mich auch, der da rauskam und sagte, es ist ernst. Aber ich bin halt auch rein mit zu viel Respekt wahrscheinlich. Respekt vor der Witwe, die eine zauberhafte Person ist offensichtlich und habe mich dann geschämt dafür, dass ich teilnehme an dieser Trauer. Da wollte ich dann ganz schnell wieder raus und habe gedacht, nee, das gehört sich nicht. Dafür kenne ich ihn nicht gut genug, um auf seiner Beerdigung zu sein. Verstehe ich gut, aber ich glaube, ehrlich gesagt, er wäre nicht so ganz unzufrieden, dass wir diese beiden Haltungen zu dem Babylon haben und er lacht sich tot. Ich muss was spielen, was nochmal eigentlich fast riskant sentimental ist, aber es passt jetzt gerade zu dem Thema. Gut. Und zwar ist es eine Gruppe, die ich jüngst erst entdeckt habe, heißt Beirut, ist formiert um einen Musiker namens Zach Condon, der in Amerika geboren ist, ganz früh nach Jugoslawien gegangen ist und sich da vor allen Dingen von diesem Sound serbo-kroatischer Art, zum Beispiel Goran Bregovic, also dem Sounddesigner für die Filme von Emil Kosturica zum Beispiel interessiert hat und sehr viel Balkan-Sound reingebracht hat in seine Musik. Inzwischen wohnt er wieder in New Mexico und guckt mit ein bisschen mehr Abstand auf diese ganzen Tonquellen, die er hatte. Eine sehr charaktervolle Stimme, meistens fette Bläsersätze, eine ganz eigene Form von Instrumentierung, schon letztlich Popmusik schwer zu rubrizieren und das aller sentimentalste Stück, was ihn auch nur halb authentisch repräsentiert, wenn man die ganze Platte sich vornimmt, will ich jetzt spielen, auch wenn ich weiß, dass es das sentimentalste von allem ist, gerade drum. Super, super Entdeckung, erste super Entdeckung des neuen Jahres. Hey, danke. Da möchte ich wirklich sofort den Rest der Platte hören. Die wird dich nicht enttäuschen, die wird dich nicht enttäuschen. Das ist ja interessant. Ich finde ihn so interessant, instrumentiert, arrangiert. Die Stimme finde ich gut. Die Stimme ist unglaublich und ich liebe das, wenn Leute ihrer Melodie so vertrauen, dass die sagen, ich treibe die immer weiter bis in den Marsch in diesem Falle. Also, dass die Liebe am Ende in der Marschmusik übergeht und dann immer noch so dezent gemacht ist. Chapeau. Also, ich habe die richtig gerne, diese Gruppe. Ja. Oh, die muss man, da würde mich auch interessieren, wie das live funktioniert auf der Bühne, was da passiert. Ja, habe ich nie live gesehen. Würde mich sehr interessieren. Und an der Stimme ist doch das interessant, was man auch an Anthony Andrew Johnson so liebt. Das ist so ein falsettiges Gezitter ist, was aber so unkünstlich ist. Wieder so eine Stimme, wo du nur sagst Charakter, aber nicht primär vokalartistik oder so. Klasse. Kann das sagen, was du sagen musst? Beirut. Die Band heißt Beirut. Okay, gut. Beirut. Ah, wie schön. Das freut mich. Wo sind wir? Was passiert im neuen Jahr? Ja, was erwarten wir? Also, ich habe immer noch gedacht, dass irgendwie es noch eine Schlussfolgerung aus der Klimawende geben muss. Also, wenn man sich vorstellt, dass wir eigentlich alle Zeichen hätten dafür, ökologisch anders zu denken im Augenblick. Aufwind der Grünen, was immer man davon hält. Angela Merkel, die sagt, Fukushima hat dem Restrisiko ein Gesicht gegeben. Da habe ich nun erst mal gedacht, da ist Guido Westerwelle mit gemeint oder so und dann kommt das. Und dass du denkst und dann aber gleichzeitig wieder Durbin, die Klimakonferenz hat zu keinem richtigen Durchbruch geführt. Und dann denkst du, das sind die wahren Geschichten eigentlich des letzten Jahres gewesen. Wie stellen wir uns da zu? Und was kriegen wir stattdessen? Guttenberg. Oder diese Krise. Und ich bin so enttäuscht von den Kanadiern. Ich bin gebürtige Kanadierin. Ja, die ausgestiegen sind. Man könnte immer sagen, was für ein tolles Land, was für ein freies Land. Darauf hat man sich ja immer verständigt. Man ahnte schon sowohl, was Walfang angeht, als auch was sämtliche ökologischen Gesichtspunkte angeht. Da stimmt was nicht und jetzt das. Das ist furchtbar. Die steigen aus und die Chinesen sagen zum ersten Mal, naja, vielleicht 2020 oder so. Weißt du, als ich für die Enden der Welt unterwegs gewesen bin, da habe ich an jedem Ende der Welt, mit Klimaveränderungen wahrgenommen. Und dann kommst du nach Hause und sagst dir, hier wird immer noch diskutiert, ob es die gibt. Das kann nicht wahr sein. Du siehst Eisbären am Nordpol, wo sie nicht hingehören und die springen schon von Eisscholle zu Eisscholle. Du hast drei Grad über null am Nordpol, als ich da war und es regnet. Du hast den Vormarsch der Wüste in Timbuktu in Mali und die Leute sterben, weil sie keine Nahrungsmittelquellen mehr haben. In Patagonien sind in diesem gerade vergangenen Jahr in dem letzten Naturreservat Wasserkraftwerke gebaut worden. Da gehen demnächst Strommasten durch, weil sich die hunderttausend Leute, die in Patagonien wohnen, nicht wehren können dagegen, dass die Leute in Santiago de Chile gerne mit einer spanisch, ich glaube koreanischen Gesellschaft Profite machen wollen. Das ist trostlos. Und du hast das Gefühl, im Grunde ist das ein Thema, das behandelt wird wie, wir können es nicht mehr hören. Und genau so geht man dann dem Verfall entgegen. Das würde aber bedeuten, dass man nur die Dinge wirklich wahrnimmt, wenn man sie sieht. Das heißt, wir müssen einrichten, eine soziale Pflichtreise für jeden. Anders geht es ja nicht, wenn du nicht wirklich davor stehst und siehst, so geht es nicht weiter. Wir sitzen hier gemütlich in dem Land und kriegen wahrscheinlich nicht genug mit von den Enden der Welt. Ja, weißt du, es ist so empörend zu denken, dass Leute darüber debattieren, ob es das gibt. Es gab irgendwann eine Untersuchung, da haben 900 Wissenschaftler, die damit beschäftigt sind, gesagt, ob es Klimaerwärmung gibt oder nicht. Von diesen 900 Wissenschaftlern haben 900 gesagt, es gibt sie. Und dann hat man parallel den Journalismus angeguckt, darin haben 60 Prozent gesagt, es gibt ihn nicht. Und 40 Prozent haben gesagt, es gibt ihn. Und dann sagt man sich, wo nehmen wir eigentlich unsere Anschauung her? Nehmen wir es doch von denen, die was davon verstehen. Und die unabhängig von Werbekundschaft, Anzeigen teilen, dir sagen, was der Fall ist. Und die sagen zum Teil, es gibt die sogenannten Doomsters, hat sich Herr Enzensberger darüber lustig gemacht, was ich einigermaßen zynisch finde. Die sagen, es ist zu spät, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf. Also wir wollen jetzt niemanden gleich in der ersten Stunde des Jahres traurig machen. Aber dass man viel radikaler in dem Punkt denken muss, als gedacht wird, glaube ich, ist fraglos. Ich bleibe aber dabei, dass ich mein Ding mache und davon vielen erzähle. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass ich als Wähler was verändern kann. Ich kann das als Wähler, es geht nicht. Ich kann natürlich die richtig wählen, richtiger als falsch wählen. Aber ich kann ja nur selber mir beweisen, mir und anderen beweisen, was ich machen kann, oder? Total. Und du kannst durch Produktwahl zum Beispiel mehr entscheiden als manches, was du entscheiden kannst, durch das Kreuz auf dem Wahlzettel. Indem du sagst, bestimmte Produkte konsumiere ich nicht. Ich nehme keine Nestlé-Produkte zum Beispiel, weil ich weiß, wie die arbeiten. Und dass das einer der führenden Konzerne wird. Dich jetzt schon die Wasserquellen aufkaufen zum Beispiel. Hast du vielleicht auch gehört. Ja, ich empfehle ja immer das Buch, das Blaue Gold, das ist von einer kanadischen Autorin. Das ist schon ein paar Jahre alt, wird immer wieder neu aufgelegt und neu aktualisiert. Dass es wirklich nur vier, fünf Konzerne sind, die über das Wasser, über das Grundwasser, das Trinkwasser dieses Planeten bestimmen und das aufkaufen. Und dafür müssen in der dritten Welt Leute bezahlen, dass sie da ein paar Tropfen aus dem Wasserhahn kriegen, weil der Rest für Coca-Cola gebraucht wird. Und das ist aber eine Diskussion, die ich im vergangenen Jahr viel geführt habe. Das ist vielleicht ein Wunsch fürs neue Jahr, dass ich nicht mehr sagen muss, nein, es bringt etwas, das und das nicht zu kaufen. Ja, aber was kann ich denn? Dann höre ich auch von klugen Menschen, ach, was bringt das denn, wenn ich was tue? Das ist ja natürlich blöd. Ich meine aber, ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich glaube, wir haben vor genau einem Jahr auch darüber gesprochen, dass man im Privaten erstmal die Leute auch überzeugen muss. Ich muss das im nächsten Jahr sofort wieder tun, weil das sind dieselben Leute, die mit martialischer Gewissheit sagen, man muss aber wählen gehen. Das findet jeder demokratisch vollkommen sinnvoll und notwendig. Aber dass Bonacqua Coca-Cola-Wasser ist und das Coca-Cola-Wasser genau das tut, was du gerade beschreibst, das wird nicht gesehen. Also dringend Musik, sonst machen wir die Leute traurig. Auf der anderen Seite ist es auch gut zu sagen, was sein soll in diesem Jahr, was wir uns wünschen als Handlungsmaxime. Es ist schon sinnvoll. Ja, ja. Ja, weißt du, dass der nächste Titel, den ich geplant habe, We Are The People heißt? Oh, perfekt. Es war ein Hit im letzten Jahr, Empire of the Sun. Ich habe sie live erlebt. Das ist eine sehr schrille australische Gruppe. Ich habe selten so eine Bühnenshow gesehen. Das hatte nichts mit dem zu tun, was ich als Europäer kenne. Die Kostüme dieser Tänzerinnen, die Tänzerinnen, das war auch nicht Tanzen, was die da gemacht haben. Die haben sich seltsam bewegt und doch war es Tanz. Das waren Choreografien, die sich mir aber nicht erschlossen haben. Ich habe sowas noch nie gesehen. In der großen Halle hier in Köln, die leider nicht ausverkauft war, verrückte Frisuren gehabt, irgendwelche Schnabel, Schnabelpappen vorm Gesicht, Sonnenbrillen und da drüber eine Nylonstrumpfhose. Kann man da noch singen? Die haben nur getanzt. Und prima gesungen und Musik gemacht hat diese Band. Das ist live ein Erlebnis. Empire of the Sun kann ich sehr empfehlen. Das ist ein bunter Abend, aber auch nichts für blöde Jahre. We are the People ist zwar ein Pop-Hit, aber ist ernst gemeint. Gut. Passt doch perfekt zu unserem Lebensgefühl des gerade angebrochen seienden Jahres. Es ist nicht der explizite Aufruf zur Demonstration, aber es ist der Aufruf, sich darüber im Klaren zu sein, was für eine Verantwortung man hat. In erster Linie sich selbst gegenüber und dann raus damit. Ja, so einverstanden. Worauf freust du dich in diesem Jahr? Ich freue mich auf, ich glaube noch mehr Familie, weil wir so schöne Dinge planen fürs nächste Jahr, viele Reisen planen. Das rührt mich immer, wenn du das sagst. Das ist wirklich so. Ist das so schließlich? Nein, bei dir ist das nicht schließlich. Das ist so gut geerdet. Ja, weil du hast ja keine Ahnung, wie das ist, wenn du wirklich überlegen musst, wer ist wann wo und wie machen wir das, wenn das ein Künstlerhaushalt ist. Jeder will ja arbeiten und muss auch arbeiten. Das musst du auch den Kindern immer erklären, dass Arbeit nicht ätzend ist und Arbeit aber auch nicht reines Vergnügen ist. Das ist manchmal recht schwierig. Herrlich. Wir sind da immer wieder aufgefordert, das neu zu definieren und zu erklären. Der Impuls springt über auf die Kinder. Die merken, was Musik ist oder was gut sein könnte. Oder du hast eine Bücherkiste und gibst denen Empfehlungen. Ich kann dir nur noch nicht sagen, was die damit machen. Was die daraus machen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade bei allen, also von den Großen als auch bei den Kleinen, habe ich wirklich den Eindruck, da musst du einfach nur reinbuttern und hoffen, dass das irgendwo gut gespeichert wird. Also wenn hier irgendwo eine Bank funktioniert, dann die der Eltern-Kind-Bank. Also wenn ich irgendwo was reinbuttere und hoffe, dass die dann mit den Zinsen ein wunderbares Leben haben, dann doch in der Form. Ja, und ansonsten erhoffe ich mir, doch Neuentwicklung. Hast du nicht auch den Eindruck, da wird jetzt viel daraus entstehen? Wir sprachen vorhin über die Piratenpartei. Wir sprachen darüber, dass natürlich auch in der Öffentlichkeit Phänomene wie Wolf und Guttenberg diskutiert werden. So, was darf einer? Wo steht da die Moral? Ich finde das erst mal, weil ich aber auch so ein positiver, optimistischer Mensch bin, finde ich das erst mal gut, dass alles so offen gespielt wird und man sich eine Meinung macht. Und solange man sich die nicht vorschreiben lässt von der Bild-Zeitung, bin ich sofort einverstanden. Also Gegendenken und zu fragen, was ist dahinter, warum wird jemand plötzlich exponiert oder so. Dann finde ich das selbst für einen Fall wie Guttenberg oder Wulff oder so interessant herauszufinden. Und wir sprachen die Reisen an, du sprachst von deinen Enden der Welt, dass du dorthin reist und jedes Mal nochmal auf Null alles stellen musst, weil nichts stimmt von dem, was man dir mitgegeben hat. Und du machst dir dein eigenes Bild. Ich würde mich freuen, wenn die Menschen mehr reisen würden und damit meine ich gar nicht weite Flugreisen, weil man ja mit schlechtem Gewissen in jeden Flieger steigt und nicht alles mit der Bahn machen kann. Aber wenn sie sich mehr öffnen würden und auch die Reiseberichte der anderen abrufen würden und sagen würden, du warst doch, erzähl doch, muss nicht wieder der alte DIA-Vortrag irgendwie her. Weißt du, was ich meine? Mein Vater hat früher dann DIAs gezeigt und hat auch Freunde eingeladen und gesagt, guck mal hier, so sieht es in Thailand aus. Und weißt du, das war für uns Kinder mittelinteressant, aber für die Erwachsenen, vermute ich, war das gut. Das war die Zeitung im Kleinen. Das ist schön, dass du das sagst. Ich war jetzt über ein Jahr lang mit den Enden der Welt unterwegs und werde es immer noch sein in diesem Jahr auch. Und es ist so beglückend, auf einer Bühne zu stehen und nichts anderes zu tun, als zu erzählen, Bilder zu erzeugen und zu merken, der Saal teilt sie. Wunderbar, Solidargemeinschaft. Über eine bestimmte Art zu sehen, zu reisen, zu lachen, zu trauern und so. Und wie schön, dass wir neulich in Frankfurt in der alten Oper nach den Querulanten noch mit den Menschen ein bisschen sprechen konnten, die sowas Popeliges wie eine Unterschrift haben wollen, aber doch im Grunde den Kontakt mehr suchen als die Schrift. Und ich habe Theresa wieder gesehen, eine alte Kollegin vom Südwestfunk und habe mich gefreut. Und du hast eine alte Lady begrüßt, die Mutter von Hannes. Und dann finden kurze Gespräche statt, die aber doch immer wieder so eine Ortung sind. Hat auch hier begonnen, das Querulantenprogramm. Das stimmt. Da haben wir gesagt, wir wollen mal ein Programm auf Querulanten machen. Das war in dieser Sendung. Und wir haben es gemacht. Vor zwei Jahren. Genau. Und wir haben einen Zuhörer, der ist extra zu dem Abend zu Lit Clown gekommen, weil ich ihm gesagt habe, wir machen das wirklich. Oh, dann müssen wir jetzt auch noch irgendwas, müssen wir jetzt irgendetwas planen und damit zwingen, es umzusetzen. Mit dem Querulantenprogramm hier in der Nähe von Köln wieder aufzutreten. Zum Beispiel. Genau. Ich freue mich zum Beispiel, es gab so eine Reihe, die ich im letzten Jahr begonnen habe und in diesem Jahr weiterführen werde. Die ist in der Berliner Philharmonie und heißt Unterwegs. Und das ist eine Reihe, in der ich Weltmusik vorstelle. Und du kannst es dir nicht vorstellen, wir haben uns im Dezember hin bewegt und haben in den Kammermusiksaal von 950 Leuten in der Berliner Philharmonie eine Nomadenband aus Mali, Timbuktu, geholt und haben sie treffen lassen auf eine Mongolenband, Hunhurtu, aus dem Tuwa-Gebirge. Und dann haben 950 Leute sich dieses Konzert angehört und sind danach zu Standing Ovations aufgestanden. Bei einer Musik, wo du denkst, dass die überhaupt den Weg bis hierher gefunden hat, ist ein halbes Wunder. Und ich meine, wohlgemerkte Musik, die hört sich so an. Moment, kann man eben mal hören. Also jetzt, das sind die Nomaden aus Timbuktu. Und ich muss dir vorstellen, das sind Leute, die sind geflohen vor Dürren, vor Naturkatastrophen, vor Kriegen. Die sitzen irgendwo im Norden Malis in einem Umschlagort für Drogenbarone und für die Milizen, die Gaddafi bezahlt hat. Und die müssen fliehen, weil sie keine Lebensgrundlagen mehr haben und machen aus dieser Musik, die du jetzt gerade nur angespielt hast, machen die eine politische Botschaft und organisieren sich und führen erstmals die E-Gitarre ein und fangen an zu musizieren, mit den ersten Schritten Weltöffentlichkeit zu erreichen und zu sagen, hier, wir leiden, wir sterben. Es ist auch eure Sache. Und dann sind die in der Berliner Philharmonie. Aber wie fühlen die sich denn, wenn die euch sehen? Die haben gesagt, das ist das Größte, was sie in ihrem Leben gehabt haben, in der Berliner Philharmonie aufzutreten. Und normalerweise machen wir das sogar unter Zusatz von Sinfonikern, also aus dem Orchester von Simon Rattle. Aber einfach zu sehen, auch das geht. Die Leute rennen an die Tische und kaufen diese CDs von Tami Krest, heißt die Gruppe, die wir gerade gehört haben, oder von Hun Hurtu. Das ist beglückend, weil plötzlich sowohl das Denken erweitert wird, wie auch das Akustische erweitert wird, das Hörbare erweitert wird. Das gehört zu den Sachen, auf die ich mich freue. Nächste Ausgabe geht über Klöster und dann gibt es eine über Afghanistan. Und du hörst dir Musik an, die du auf keine andere Weise hören würdest, als live. Da wünscht man sich dich im Publikum. Anke, wie schön war das, dieses Jahr mit dir zu schließen und das Neue zu beginnen. Burger, wir sind doch positiv, was 2012 angeht. Ja, wir sind positiv. Gerade auch durch die Momente des Widerstandes. Und weißt du, dass es wieder so verantwortliche Individuen gibt und dass es eine Stimme gibt dafür. Und dass es was Entschiedenes und Radikales gibt dabei. Das stimmt mich positiv. Mich auch. Ne? Ja. Magst du aufhören mit einer Musik, die jetzt für mich so sentimental ist? Weil ich in den letzten Jahren einen Film, zumindest co-produziert habe, über Michel Petrucciani, der liebe Pianist an meiner Seite war in meiner ehemaligen Fernsehsendung. Und da hat der Oscar-Preisträger Michael Redford, hat alles mögliche Material zusammengesammelt. Und auch Material von mir. Und hat nochmal ein großes Kinoporträt über diesen Musiker versammelt, der mir so viel bedeutet hat. Und da gibt es einen Titel von Michel, der heißt Cantabile und den hat er als Schluss genommen. Und der hört dann auch auf und man sieht richtig dieses Leben zu Ende gehen. Und der Film hat mich auf eine, na klar, auf eine eigene Weise irgendwie sehr gerührt. Und ich war ein bisschen mit dem auf Tournee, beziehungsweise habe mir in mehreren Veranstaltungen den vorgestellt. Und für mich wäre das schön, einfach damit aufzuhören. Ja, das ist der Film, den ich als erstes sehen werde im neuen Jahr. Das habe ich nämlich im letzten nicht geschafft und den möchte ich gerne sehen. Es hat mir gerade eine Literaturkritikerin aus Berlin geschrieben, sie sei in der Nachmittagsvorstellung gewesen mit sieben Leuten. Und die sieben Leute seien danach in ein Café gegangen, obwohl sie sich nie vorher getroffen hatten, um sich nochmal über den Film zu unterhalten. Nein, das ist aber schön. Sie sind Cannes gestartet worden auf dem Filmfestival und hat da Standing Ovations bekommen und löst ganz große Empfindungen. Ja, bitte, dann spiel mir das noch vor zum Schluss. Also, cantabile. Und damit verabschieden wir uns. Auf Wiedersehen, Roger Willensen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Anke Engelke. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr.